... Es gibt große Quarkörle. Kann ich hier mal schicken. Es gibt hier Quarkörle. Oder doppelt er nicht, aber es gibt die Finger, die sind relativ groß. Er kann auch nur fliegen. Er macht unverschämt ein bisschen. Das ist ungefährlich. Der Roman ist Anfänger. Er kann nur Fläche fliegen. Ich habe den oben kennengelernt, oben am Vollen. Das ist der erste Hubschrauber. Er kann aber gut Fläche fliegen. Er kann gut andere, normale Flugzeuge fliegen. Das hat er drauf. Er kann die Fernbedienung durchführen. Ich meine nur, es ist immer so...